Moin Leute, willkommen im heutigen Video geht es um die Fitbit Charge 4 und zwar um das Thema Benachrichtigungen. Das ist ja immer so ein häufig gefragtes Thema bei Smartwatches und Fitnessbändern. Und ich will euch heute mal kurz die Benachrichtigungsfunktion in der Fitbit App zeigen und dann auch mal so als Beispiel, wie das dann bei WhatsApp ausschaut, wenn da Benachrichtigungen ankommen. Als erstes starten wir mit der Fitbit App. Dort habt ihr ja eigentlich alles, was relevant drin ist und ihr müsst quasi, wenn ihr hier im Startbildschirm drin seid, aufs Gerät drauf gehen und sobald ihr dann auf der Charge 4 seid, dann habt ihr die ganzen Einstellungen und dann gibt es hier natürlich auch das Thema unter Allgemein Mitteilungen, Benachrichtigungsoptionen auswählen. So und dann ist es jetzt hier so, Anruf, einfach wenn Anrufe ankommen, dann vibriert das Ding hier auch, dann seht ihr, welcher Anruf da kommt. Textnachrichten könnt ihr voreinstellen, was da angekommen soll, also ob es normal SMS, Hangouts oder WhatsApp ist. Ich habe jetzt einfach mal WhatsApp. Für Kalender kann man auch so eine App voreinstellen, wenn man mehrere Apps zur Verfügung hat. E-Mail kann man zum Beispiel auch starten, dann kriegt man auch die ganzen E-Mails quasi angezeigt. Und hier unter App Benachrichtigungen kann man im Prinzip auch noch die Benachrichtigungen für alle sonstigen Apps noch irgendwie aktivieren. So, was ansonsten noch ganz schön ist, es gibt hier unter Einstellungen Antwort Quick Replies. Da kann man zum einen erstmal generelle Quick, also kurz Antworten festlegen, wie die aussehen sollen. Man kann aber auch theoretisch für jede einzelne App, für die Benachrichtigungen aktiviert sind, da unterschiedliche Quick Benachrichtigungen anzeigen. Also wenn man per WhatsApp dann teilweise andere Sachen antworten will als zum Beispiel per Gmail oder irgend sowas, dann kann man das hier einstellen. So, und im Prinzip, hier sind noch weitere Einstellungen, ob das irgendwas vibriert oder nicht vibriert. Und die Funktion hier unten ist dann eher dann interessant, wenn man halt irgendwelche nicht-lateinischen Nachrichten bekommt, irgendwie aus China und Co. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht anzuschauen. Auf jeden Fall, die Nachrichten für WhatsApp-Zeichel sind aktiviert. Und was ich jetzt einfach mal mache, schicke mir jetzt einfach von meinem Zweithandy mal ein paar Nachrichten rüber. Nachricht wurde verschickt, jetzt vibriert das Gerät hier und wenn man da runter geht, dann wird hier die Nachricht angezeigt. So sieht das jetzt hier erstmal aus. Das ist jetzt auch die ganze Nachricht. Ich kann jetzt auch nochmal eine sehr viel längere Nachricht verschicken und die wird dann auch angezeigt. Ja, also egal wie lang sie ist, die wird auf jeden Fall angezeigt. Jetzt schicke ich einfach mal ein paar Emojis noch mit dazu. Vielleicht bevor ich die Emojis schicke, hier noch der Hinweis, ihr könnt euch jetzt Antworten als gelesen markieren. So, und weg easy. So, jetzt sehen wir, keine Nachrichten mehr drinne und aus. So, jetzt schicke ich noch fleißig Emojis. Das Band vibriert wieder. Jetzt kommt eine Nachricht rein. Und ihr seht auch, Emojis werden hier sauber angezeigt, das ist überhaupt kein Problem. So, wenn ihr jetzt hier auf Antworten drückt, dann habt ihr hier erstmal eure fünf Quick-Antworten, die wir gerade in der App einstellen konnten. Die habt ihr hier und das sind quasi die einzigen Antwortmöglichkeiten, die ihr habt. An der Stelle der Hinweis, wenn ihr die Fitbit Charge 4 mit eurem iPhone verbunden habt, dann funktioniert das nicht mit diesen Quick-Nachrichten. Dann könnt ihr dann dort nur noch lesen. Aber ich antworte jetzt einfach mal. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, die Nachricht ist angekommen. So, jetzt schicke ich testweise nochmal ein Foto. Und dann seht ihr natürlich nur so eine Foto-Benachrichtigung. Ja, also ihr werdet hier keinerlei Fotos sehen können. Ihr seht zwar, dass ein Foto kommt. Mit den Sprachnachrichten sieht es genauso aus. Und das waren im Prinzip schon diese Themen, was man an Benachrichtigungen anzeigen kann. Noch der Hinweis, das Band synchronisiert nicht wirklich. Also wenn ihr auf eurem Smartphone dann mittlerweile die Nachricht gelesen habt, wird die euch hier immer noch angezeigt. Ja, die müsst ihr dann im Zweifel nochmal manuell löschen. Ja, also das ist ein bisschen schade. Hätte ich jetzt erwartet, dass die Synchronisation funktioniert. Aber das sind im Prinzip die Benachrichtigungsfunktionen, wie sie aussehen. Schön ist, dass man auf jeden Fall einen recht großen Text sehen kann. Vielleicht ist wiederum, dass auch weiterhin Fotos und sowas nicht angezeigt werden. Aber die werden wahrscheinlich bei dem Display. Das hat es, glaube ich, eh keinen Spaß gemacht. Ja, das war es von meiner Seite. Ich wollte einfach nochmal kurz zeigen, wie die Benachrichtigungsfunktionen funktionieren. Wie das mit WhatsApp ausschaut. Und ich hoffe, das hat euch aufeinander geholfen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.